So Leute, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem kurzen Video und es geht um den sogenannten Klo-Deal von Ramelow und der CDU in Thüringen und ihr habt richtig gehört, Klo-Deal, so wurde das Ganze jetzt genannt und das hat er quasi selber geleakt bei Facebook und darüber hat jetzt einmal hier Merkur.de und auch die Bild geschrieben und da geht es nämlich darum, ob es gegebenenfalls eine Absprache gegeben hat, warum Herr Ramelow sich wohl hat überhaupt zur Wahl bereitgestellt, denn eigentlich hätte er es ja nicht tun müssen, wo er gar nicht so sicher sein konnte, dass er überhaupt gewählt wird und das wurde er faktisch auch nicht und dementsprechend gab es wohl eine Absprache, so geht man davon aus, kann man jetzt an seiner Worte vielleicht auch so interpretieren, ich zitiere, aber ein Verständnis dafür, dass vier Abgeordnete zur Toilette gehen, so war es durchdiskutiert. Außerdem habe ich den Toilettengang zu Althaus, der Vorgänger, Ministerpräsident von ihm, Regierungszeit praktiziert, als die CDU eine Stimme Mehrheit hatte. Man nennt es so etwas Pairing, also nichts Ungewöhnliches und konkret bedeutet das, da geht es nämlich darum, dass vier CDU-Abgeordnete sollten nämlich während seiner Wahl auf die Toilette gehen, um in der Zeit quasi kein Votum machen zu können und dann hätte er quasi Ministerpräsidentenwahl gemacht. Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring hat sich offiziell dazu noch nicht geäußert, ein Sprecher der CDU oder von ihm allerdings sagte, es gab keinen Klo-Deal mit Ramelow. Ja, dann ist es aber ganz interessant, warum Herr Ramelow diesen Klo-Deal selber soweit hier präsentiert hat auf Facebook. Ja, also ich sag mal so, ein Scheißergebnis war es so oder so, Herr Ramelow, reimt sich sogar, denn das, was rausgekommen sollte, ist nun mal nicht rausgekommen. Ich finde es krass, wenn hier wirklich ein ehemaliger Ministerpräsident so etwas postet, respektive vielleicht sogar wirklich durchgezogen hat. Offensichtlich hat er das ja zu Althausregierungszeit durchgezogen, als die CDU eine Stimme Mehrheit hatte nämlich. Und das muss man sich mal reinziehen, das finde ich ganz krass. Lasst uns jetzt darüber diskutieren. Abonniert den Kanal, wenn ihr hier neu seid. Bis zum nächsten und ciao.